Hier präsentieren wir die 5 beste Tischkreissägen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Dewaltisch Säge DW 745 ist eine preiswertere Säge für die Bearbeitung größerer Holzbauteile. Der Lieferant gewährt eine 3-Jahres-Garantie für diese teure und dennoch hochwertige Version, bei der die vielen günstigen Verbraucherkommentare eine lange Lebensdauer der Dewaltisch Säge DW 745 zeigen. Mit 22 kg ist die Tischsäge ziemlich kräftig und damit auch spezifisch sicher, was die Verletzungsgefahr erheblich verringert. Die Dewaltisch Säge DW 745 führt Sägeverfahren mit einer Verkleinerung von bis zu 610 mm komfortabel sowie vor allem exakt durch. Durch den separat flexiblen Dispositionswinkel sind verschiedene Reduktionsmitteln sowie spezifische Winkelschnitte möglich. Der 1850 Watt Elektromotor arbeitet geräuschlos, um sicherzustellen, dass sich niemand wirklich durch den Klang beunruhigt fühlt. Um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ist eine Überlastungssicherheit integriert. Einzigartige Rollstangen schützen im Vergleich zu machbaren Einflüssen. Nummer 4 Die Busch Spezialist GTS 10XC ist eine Tischsäge für begeisterte Do-It-Yourself-Liebhaber und Spezialisten. Eine integrierte Leistung von 2100 Watt mit einer hohen Leerlaufrate promen liefert Ihnen optimale Leistung bei Betrieb. Neben einem milden Start hat der Elektromotor eine Vielzahl wertvoller Eigenschaften. Die Sägeblattgröße ist konventionell mit 254 bi 30 mm. Der Sägetisch versorgt sie mit einer riesigen Lage von 84 bi 82 bi 42 cm. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3 Als eines der teuersten Freizeitaktivitäten hatte die Version 2712 von Makita die Möglichkeit, einen Bereich in den führenden 5 zu schützen. Das 53 kg sowie 167 bis 70 bis 81 cm große Werkzeug arbeitet mit einem Ergebnis von 2000 Watt zusammen und wird auch über eine 230 Volt Verbindung betrieben. Die Induktionselektromotor arbeitet wirklich geräuschlos, ist wartungsfrei und hat eine Standgeschwindigkeit von 2900 Min 1. Die optimale Reduktionsstiefel bei 0 beträgt 8,5 cm sowie die Sägeblattgröße an und 30,5 cm bei einer Geburt von 30 mm. Dank der Rede und auch der Pflege der Struktur kann die Rundsäge bequem verlegt werden. Ebenso wie der große, sich ausdehnende Assistenztisch. Es gibt ebenfalls einen spezifisch flexiblen Schlitzzaun. Die Winkeleinstellung kann offen zwischen 0 und auch 45 festgelegt werden. Die Handhabung und auch die Handhabung sind toll. Dennoch, wegen der relativ hohen Rate, wird das Gartgit nur für Sie zurückzahlen, wenn Sie es konsequent nutzen. Die Realität, dass bei einigen Testern das Sägeblatt in einem kleinen Winkel zum Tisch stand, führte zu einer Reduktion der Auswertung von der oder sonst sehr beratenen und auch großen Tischsäge von Makita. Nummer 2 Die wirklich sparsame Tischsäge von Einhell überzeugte vor allem durch die niedrigen Kosten, die mit hervorragender Effizienz sowie starker Handarbeit integriert waren. Das 56,5 x 71 x 32,5 cm große Werkzeug arbeitet mit einem Ergebnis von 1800 Watt zusammen und liefert eine funktionierende Oberfläche von 64 x 49 cm. Der Motor hat eine Standgeschwindigkeit von 5000 Minuten minus 1 und läuft auch effizient. Das 25 x 30 mm Sägeblatt kann sowohl in der Höhe als auch in der Disposition bis zu 45 nachjustiert werden. Sowie der Verteilungsbereich besteht neben einer Exzenterklema aus einem Winkel sowie identischen Zäunen. Die optimale Reduktionshöhe von 8,5 cm bleibt in einem exzellenten AI und ermöglicht so die Ausführung einer Vielzahl von Aufträgen am Zeitvertreib. Die Tischoberfläche ist plattiert, was für ein hervorragendes Handling sorgt und auch dank der pulverbeschichteten Erweiterungskomponenten eine komplett riesige Auftragsfläche. Ein Link für die Spanentfernung 36 mm ist neben Funktionsinhaben für die Geräte leicht verfügbar. Vor dem Erwerb müssen Sie jedoch darüber nachdenken, dass bestimmte Elemente wie die Immobilien des Kipp-Enthusiasten oder der Sägeblattschutz extrem einfach gepflegt werden und auch im Laufe der Zeit schnell schaden können. Wenn Sie auf der Suche nach einer sparsamen Rundsäge für den periodischen Einsatz sind, lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die 60 kg, 165 x 65 x 100 cm große Konstruktion von Metabo war die effektivste Tischsäge. Die Säge ist gut gemacht allgemein, wird im reduzierten Centauri bewertet und liefert ein insgesamt hohes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer verkleinerten Höhe zwischen 0 und 8,5 cm kann der Großteil der Arbeit, die in der Residenzverbesserungsstelle ausgeführt wird, mit der Säge erfolgreich sein. Der Motor mit einer Eingangsleistung von 2 kW oder einer Ergebnisleistung von 1,5 kW arbeitet mit einer Leerlaufrate von 2.990 Änderungen promenso wie extrem effizient und gleichmäßig. Der Arbeitstisch ist mit einer Position von 80 x 55 cm freundlich dimensioniert, um sicherzustellen, dass Sie eine optimale Reduktionsgröße von 29 cm am Lochzaun erreichen können. Die Sägehälter mit einer Größe von 315 x 30 mm sowie ein Hartmeter-Sägeblatt mit einem rotierenden Zahn 24 Zähne bestehen derzeit im Verteilungsumfang. Das Framework hat sich damit beschäftigt, dass die Rundsäge schnell verlegt werden kann, sowie ein globaler Ausstieg neben einer Tischerweiterung zusammen mit einem Pressstab und auch einem Kipsaugerät zusätzlich bestehen. Metabo stellt dem Toll zusätzlich umgekehrt eine Hochspannungsverbindung Version 2.8 WNB zur Verfügung. Doch in der Prüfung hat sich die 2.0 WNB Version tatsächlich als viel nützlicher und auch viel besser für die Wohnnutzung erwiesen. Wenn Sie eine starke und effektive Mittelklasse Säge erwerben möchten, die zuverlässig funktioniert und auch eine lange Lebensdauer garantiert, könnte die Metabo Version diejenige für Sie sein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.